Im Winter haben wir nicht einfach nur Pause, sondern wir haben natürlich auch noch häufig anders zu tun, den Zirkus wieder vorbereiten für die neue Saison. Es werden zum Beispiel Wagen wieder neu gemacht, mit Freunden von uns, die in freiwilliger Basis, einfach weil sie Freude haben an der ganzen Sache, streichen und schleifen und einfach alles wieder wegmachen können. Also wir haben einen Wagenpark von ca. 40 Fahrzeugen mit allem Drum und dran. Und im Winter werden wir natürlich schauen, dass diese im Sommer wieder schick aussehen und dass alles läuft mit Bremsen oder eben auch Holz so verfüllt ist oder irgendwie nicht mehr so gut ist, wieder durchsetzen. Im Winter ist es so, dass wir, vor allem meine Wenigkeit, runde Wohnenzeit im Büro aufwenden müssen, damit wir einigermassen Tourne planen können. Weil unser Ziel ist, alle Jahre zur gleichen Zeit zu sein und unser grosses Publikum besuchen können. Vom Arbeitsaufwand her ist es eigentlich eine echte Sisyphus-Arbeit. Denn pro Tag brauchen wir zwischen 20 und 30 Telefon. Zuerst einmal mit dem Landbesitzer. Weil man selber kein Land hat, muss man zuerst den Besitzer angehen. Und wenn wir endlich ein wenig lang gefunden haben, müssen wir dann noch schriftlich anfragen, dass wir das Gastrecht bekommen. Eine unserer wichtigsten Arbeiten im Winter ist, zu schauen für ein neues, gutes Programm. Und für das schaue Pedro EG häufig Videofilme, respektive YouTube-Filme an. Und schauen natürlich nach, welche Nummern zu uns passen, zu unserem Programm, welche originell sind. Und das braucht natürlich immer sehr viel Zeit. Bei der Auswahl schauen wir darauf, dass es möglichst originelle Nummern sind, dass die Leute zu uns passen. Die müssen von Anfang an wissen oder sie wissen es von Anfang an, dass sie auch sonst mithelfen müssen im Zirkus. Und da sind alle immer einverstanden. Denn wir möchten keine Starren, die einfach sagen, ich bin einfach ein Artist und sonst mache ich gar nichts. Zum Glück hat der Bedrohung etwa den gleichen Geschmack oder die gleiche Idee, was so die Artisten anbelangt. Klar müssen wir zwischen ein wenig diskutieren und das eine oder andere abwägen, weil es das etwas besser wäre. Aber am Schluss finden wir uns immer. Uns ist auch sehr wichtig, wie die Leute präsentieren in der Manege. Also schöne Kostüme, schöne Farben. Und die Artisten nehmen ihre Kostüme immer selber mit. Und wir hier im Winterquartier schauen nachher, was finden wir im Fundus für unser Stuff oder auch wenn wir mal ein Ballett machen möchten. Weil dieses Jahr habe ich so eine Idee von einem spanischen Ballett, wo so einen Übergang machen sollte. Da hätten wir jetzt gerade so einen Rock, den ich mir vorstellen könnte. Aber den müssen wir natürlich noch einnehmen oder auslassen oder kürzen. Und das ist auch das, was wir im Winter hier machen. Wir müssen auch mit den Kleidern gewisse Sachen nehmen oder verändern. Acht bis zehn Tage vor der Premiere kommen die Artisten, das Orchester, die Zeltbauer. Die Zeit brauchen wir, um aufzustellen, die Requisiten neu einzurichten und vor allem für die Choreografie einzustudieren. Wir haben nachher ungefähr 50 bis 55 Ortschaften im westlichen Dritten der Schweiz und dabei rund 140 bis 150 Vorstellungen.